Hallo Gitarrenfreunde, ich bin der Bernie Geil von der Soundland Gitarrenabteilung und ich zeige euch heute hier eine Guild F47RC D-Tar. Musik Die Guild F47RC D-Tar ist eine sehr schöne kleine Gitarre von Guild. Eine amerikanische Company, die traditionellen Gitarrenbau von Hand mit schönen Nitrolackierungen und einer wunderbaren Verarbeitung realisiert. Die Gitarre hat diesen wunderschönen Florentin Cutaway, der ist sehr aufwendig gemacht, sehr schön verarbeitet. Die Decke natürlich aus ausgesuchtem Fichtenholz. Der D-Tar-Tonabnehmer vereinigt ein Mikrofon mit einem Piezo-ähnlichen Element, das getrennt geregelt werden kann. Bietet einen hervorragenden Sound über eine Akustikgitarren-Amp oder auch über eine PA. Es ist ein sehr besonderes Instrument mit einer sehr, sehr feinen Ansprache, trotzdem kleinen Volumen, hat sie klanglich einen sehr großen Ton. Eine super Gitarre, preislich für so viel Handarbeit und für die Qualität, sehr erstaunlich. Musik Falls euch diese oder andere Gitarren gefallen haben, schaut ganz einfach bei uns vorbei in der Soundland Gitarrenabteilung. Wir würden uns freuen, euch hier begrüßen zu dürfen oder schaut euch noch etwas die anderen Videos an. Liked uns auf Facebook. Ciao, danke. Musik